und damit schön dass ich heute wieder eingeschaltet habe in diesem video geht es um das zte nubia red magic 7 pro und ihr wisst ja wahrscheinlich dass nubia zu zte gehört oder wenn nicht dann wisst ihr es jetzt und wir kennen hier in deutschland ja schon das red magic 7 das ist ja schon seit dem 22 februar bei uns kaufbar und jetzt kommt dann auch ab dem 12 april die pro version zu uns die in china schon offiziell ist und die will ich euch heute ein bisschen zeigen wenn wir wollen ein bisschen drüber reden was die so drauf hat auch ein bisschen im vergleich zum black shark 5 glaube ich ein neues da habe ich letztens ein video darüber gemacht was recht gut ankam und das wollen wir uns heute ein bisschen anschauen die beiden ein bisschen vergleichen denn das pro modell hat eine sehr coole besonderheit auf die werde ich auch gleich angehen und deswegen schauen wir uns das gleich an kurze systeme davor noch wenn ihr kostenlos wallpaper für eure makebook wollt unten in der beschreibung dass der link ist das wallpaper und worüber ich mich sehr freuen würde wären like und abo vor allem mit dem abo wurde dem es sehr großen gefallen tun das wäre sehr sehr nice jetzt geht es aber auch schon los mit dem video und da starten wir jetzt gleich mal mit der display diagonal und diese liegt bei 6,8 zoll was natürlich relativ oder eigentlich sogar ziemlich groß ist gehört zu den größeren bis zu den größten smartphones ich glaube 6,9 zoll gibt es auch vereinzelt aber mit 6,8 zoll gehört man schon zu den wirklich ganz ganz großen teilen ich habe 6,4 zoll bei meinem pixel 6 finde ich okay und ganz angenehm in der hand gerade so einhändig zu bedienen das könnt ihr bei 6,8 zoll aber eher vergessen das wird schwer möglich aber da gibt es auch immer eigentlich ganz ganz coole features zum aussehen euch zu sagen wir haben hier natürlich schon einen richtigen gaming look wir haben hier auf der also wir haben erstmal natürlich eine sehr sehr klare front wieso die so sonderbar klar ist und deutlich klarer als bei den meisten anderen handys handys dazu werde ich gleich kommen wie ihr schon seht ist da irgendwie keine frontkamera sichtlich was wird das wohl liegen naja man munkelt jetzt seht ihr auch schon die rückseite hier recht schön und die ist in diesem gaming look natürlich ganz klassisch verhalten ich finde es aber verhältnismäßig noch relativ schlicht und eigentlich sogar ganz hübsch aber hat natürlich einen gewissen gaming touch die kanten seitlich also sind der rahmen ist eigentlich ein bisschen wie beim iphone dass der ist nicht so stark abgerundet sondern so relativ glatt und flach also eckig eher und das finde ich persönlich eigentlich ganz cool macht manchmal nach einem besonderen look aus und hier seht ihr schon so seitlich da sind dann auch dementsprechend dann die gaming tasten drin die man dann verwenden kann zum zocken denn wir haben hier ein gaming smartphone und da ist das meiner meinung nach auch immer ein ganz nice feature natürlich hat man auch solche spielereien angebaut ist natürlich ganz cool zum zocken soviel zum aussehen erstmal sehr sehr clean front ist natürlich ein bisschen mit dem gaming gespielt so ein vierer kameraelement alles natürlich ein bisschen auf gaming getrimmt aber dann doch am ende verhältnismäßig noch ganz schlicht also wenn wir uns da mal ein anderes handy erinnern da haben wir schon einen anderen look hier seht ihr es noch mal ganz gut wie das hier aussieht auch mit dem knöpfen und so ich finde es ganz ganz schick auch das kameraelement ist relativ eben im gehäuse auch das finde ich ziemlich ziemlich cool eigentlich das ganze gerät ist natürlich mit 235 gramm sehr sehr schwer damit müsst ihr rechnen können dazu hat man hier auch einen eingebauten kühllüfter das soll natürlich dafür sorgen dass es ganz besser kühler ist im mittelrahmen soll auf soll aus luftfahrt aluminium sein mit dem haben sie geworben ob das oder wie das ist man möglich drüber sinnieren aber es ist eigentlich auch egal die front ist natürlich aus glas die rückseite ebenfalls der rahmen natürlich wie gesagt aus diesem luftfahrt aluminium ob das besser ist oder schlechter weiß wer auch immer das display ist auf jeden fall amoled und hat unterstützt den 1b farbraum also relativ große farbreite haben für ein gaming smartphone untypisch in anführungszeichen nur 120 karts kennen wir natürlich handys mit deutlich mehr beim gaming bereich also ich glaube wir hatten schon 170 karts oder so das war natürlich schon immens auch die typische helligkeit ist nicht so riesig wir haben ja 1600 nits ja würde ich fast schon normalen ticken mehr erwarten also haut mich jetzt nicht um auch die ppi ist mit 387 jetzt nicht überdurchschnittlich aber okay also ganz hier nicht schlecht aber wie gesagt halt auch nicht über den normalen maß das kommt natürlich mit android 12 und red magic 5.0 das ist natürlich so eine leichte überding die gibt dann halt ist halt wichtig für die software man hat ein paar gamische spielereien und so drin es wirkt einfach ein bisschen bisschen verspielte aber sowas passt natürlich auch zu einem gaming smartphone irgendwie natürlich die erste besonderheit ist der prozessor oder was als besonderheit eigentlich kann man damit rechnen denn wir haben einen qualcomm snapdragon 8 gen 1 der wurde für 4 nanomillimeter verfahren gefertigt besitzt 5g und ist zurzeit eigentlich der beste android prozessor die es zurzeit so gibt hat ein bisschen problem mit der kühlung deswegen haben wir ja auch diese dementsprechende luftkühlung die dafür sorgen soll dass das ganze wieder bis an sich runterheizt und nicht so extrem ist dazu stehen dann entweder also von 8 gb mit 128 gb bis zu 1 terabyte mit 16 gb ram und die 1 terabyte version ist natürlich schon sehr sehr immens noch allgemein muss ich sagen wenn ich die 16 gb ram auch schon echt sehr sehr stark gibt es einen haufen versionen für die meisten reicht wahrscheinlich sogar die standard version aber natürlich mit 1 terabyte speicher und 16 gb ram legen wir schon in einer anderen liga auch kameratechnisch kann man sich eigentlich nicht beschweren wir haben hier drei kameras einmal ein 46 mp hauptsensor das ist nicht der neueste aber er macht ganz ansehnliche bilder dann haben wir hier noch ein 8 mp ultra weitwinkel kamera von dem würde ich nicht so viel erwarten dass es meistens dieser standard ultra weitwinkel der ist immer nicht ganz so scharf das mag ich an dem nicht so aber sonst ist es okay dann haben wir hier noch zwei megapixel makro kamera könnte man natürlich verzichten aber ist halt drin kamera als kamera was mich überrascht hat und ich kann es auch immer noch nicht so ganz glauben wir sollen ja 8k bei 30 fps haben das ist natürlich schon sehr sehr stark weil 8k kennt man natürlich schon aus flackschiffs ab und zu hätte ich jetzt aber mit dieser 64 megapixel kamera jetzt nicht unbedingt erwartet vor allem weil das mit dem gaming handy jetzt nicht das normale standardfeature eigentlich ist trotzdem finde ich persönlich ziemlich ziemlich cool vor allem wenn man beispielsweise bei dem eine der größten konkurrenten nämlich die black shark 5 pro jetzt nicht unbedingt hat die liegen quasi ein bisschen im gleichen preisbereich haben das ganze aber nicht jetzt waren wir schon beim thema kamera und jetzt kommen wir zur besonderheit des handys nämlich die in display frontkamera haben wir ja schon mal ein paar smartphones mittlerweile gesehen dass ihm hier immer wieder eine kleine besonderheit am 16 megapixel und dem display ist natürlich cool die bilder sind natürlich nicht ganz perfekt und natürlich sieht man die kamera wenn man es auf einem weißen hintergrund hat aus einem bestimmten bilder schon noch sieht man dass der einschlag weniger auflösung ist es fällt aber nicht extrem auf die bilder haben meistens so ein glow effekt aber auch das ist mit der software relativ gut linderbar ich finde es okay er ist natürlich nice sieht natürlich sehr muttern aus wenn ich persönlich sehr cool fühle ich wirklich komplett was wir hier auch haben als nächstes feature als 3,5 mm klinkenbuchse finde ich bei dem gaming smartphone ganz wichtig hatte das black shark 5 nicht fand ich aber ein wenig schade cool und natürlich genauso wichtig stereo lautsprecher zum zocken meiner meinung nach unerlässlich ein guter sound ist da auch richtig dass man die menschen bestimmte sachen auch ganz gut raushört ist natürlich ganz cool dazu haben wir hier usb typ c 3.0 ist nicht ganz normal schaumi spart da manchmal ganz gern tut nubia hier zum glück nicht aber natürlich läuft durch diesen usb typ c stecker natürlich auch ein haufen strom durch und das nämlich bis zu 135 watt das soll den 5000 mAh großen als wirklich großen akku in 15 minuten 100 prozent vollladen das ist natürlich schon sehr sehr stark also 135 watt ich habe von 150 oder 200 watt laden gehört aber bisher in noch keinem wirklich verkaufbarem handy oder so ich muss sagen das finde ich schon wirklich also das ist natürlich schon wirklich next level die gaming smartphones schießen hier schon auf den vogel ab aber das ist schon das ist schon wirklich eine andere liga bei allem mein handy lad mit vielleicht 30 watt und hier sind 135 natürlich schon noch mal eine ganz andere liga der fingerabdruck sind das natürlich dementsprechend auch noch im display wenn es die kamera eben auch schon ist finde ich natürlich auch noch ist obwohl der mich im anknopf auch nicht gestört hätte preistechnisch werden wir hier so knapp unter 700 euro liegen sind zumindest die schätzungen ob das am ende so ist weiß man natürlich noch nicht genau wird erst am 12. april vorgestellt ich hoffe das wieder gefallen ich finde das gerät ganz cool und für leute die vielleicht ein gerät mit sehr sehr coolen spezifikationen und auch mal ein bisschen speziellere runden zocken wollen für die ist das bestimmt eine wirklich coole möglichkeit muss man natürlich schauen welches einem besser gefällt ob das black shark 5 oder auch ein anderes ich finde alle insgesamt eigentlich relativ cool damit hoffe ich dass wir uns auch im nächsten video wiedersehen nochmal eine erinnerung eigentlich würde mich sehr über ein abo freuen und dann bis zum nächsten mal wiedersehen bis zum nächsten video reingehauen bis zum nächsten video reingehauen